Auf diese fünf Arten schützen Patinnen und Paten Kinder weltweit. Nummer 1. Trainings zu Kinderrechten für Kinder, damit Kinder wissen, welche Rechte sie haben und wie sie Hilfe bekommen, wenn sie diese brauchen. Nummer 2. Training und Begleitung für gute Elternschaft, damit Kinder in einem sicheren Zuhause frei von Gewalt aufwachsen können. Nummer 3. Weiterbildung für Religionsführer verschiedener Religionen, damit sie sich mit vereinten Kräften zum Schutz der Kinder in ihren Gemeinschaften einsetzen können. Nummer 4. Ausbildungen für Lehrkräfte und Schulleiter, damit Kinder an einem sicheren Ort lernen können und ein starkes schützendes Netzwerk um sich haben. Nummer 5. Kindergruppen und Kinderparlamente, damit Kinder sich zusammenschließen und sich Gehör verschaffen können, um ihr Umfeld zum Positiven zu verändern. Jede Stunde lernen weitere 25 Erwachsene durch die Unterstützung unserer Patinnen und Paten, wie sie Kinder vor Gewalt schützen können.